Und das sind heute Mittag sehr angenehm. 20 bis 27 Grad, 20 bis 29 Grad, Sonne-Wolken-Mix in Nordwesendien, Main-Kinzig-Kreis, DIVI 45, in der Unterführung Buch-Küppel liegen werbe Kisten auf der Straße rum, bei Rhein-Witzburg-Frankfurt, zwischen Hanna und Offenbacher Kreuz, 6 km Stoppingo, bei drei Pfand von Köln, zwischen Rastow, Nebenbach und Ippstein, 5 km Staub. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll ich noch mal raus? 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 Soll ich noch mal raus?